Herzlich Willkommen zurück zu FAKRAR PRIMAL, mein Name ist hochnumberwonderer und heute gehen wir in die Phantasiewelt hinein. Wir sind im Moment in unserem eigenen Dorf und wir müssen dann hier über die Holzbrücke rüber, über die kleine Brücke dort, zu, wir gucken uns einfach nochmal den Namen ein, diese Hütte gehört Tensais Hütte, also Tensais und hier ist wieder mal so ein, ja, wo man was trinken kann oder wiederum gießen kann, das haben wir in den folgenden, vorigen Videos schon gesehen, wie das gemacht hat und ich bin heute mal gespannt, welches Tier wir heute mal spielen dürfen. Das gefangene alte Mammut. So, wir müssten das gefangenen Mammut suchen gehen. So, und heute spielen wir wieder mal einen, genau, Elefanten. So, wir sind im Moment hier im Schneegebiet unterwegs und bis jetzt sind immer noch keine Gefahren da. Was ist denn dort hinten? Oh, ja, los, rennen. Oha. Auch, bist du komisch, ne? Das war ein kleiner Grafikfehler übrigens, wie das so aussah, wo der Stein runterkam. Komisch. So. Ja, nice. So, dort oben ist ein Stein, aber... Das Problem ist, ich weiß nicht, ob die das runterschmeißen. Wir laufen jetzt einfach durch, Leute. Was? Was? Wie bitte? Wie gemein ist das denn? Kann doch nicht sein. Wie soll erreichen die so einen großen Stein runter? Let's go. So, jetzt ist so schneller unterwegs. So bleiben wir am besten. Eben waren wir ja ein bisschen langsamer, wie ihr das schon gesehen habt. Und jetzt passt auf. Mal gucken, ob wieder der Grafikfehler kommt. Na ja, das Mammut wird weggeschlupft. So, sind wir immer noch auf Geschwindigkeit? Ja, wir sind noch auf Geschwindigkeit. Und jetzt kommt, kommt. Lauf durch, lauf durch, lauf durch, lauf durch. Oha, wir haben es geschafft. So, gehen wir mal einmal kurz hier hoch. Na du Spinner. Wo hast du das, ne? Pissnaken. Na ja, macht ihr extra, ne? So, gehen wir jetzt mal hier lang. Also, oben links steht auch, finde das alte Mammut. Das müssen wir auf jeden Fall finden. Wir sind einfach rübergelaufen. Scheiß auf Verluste. So, man muss halt zügig hier gehen. Schöne Tiere hier. Oh. Sorry. Okay. Das sieht nicht so schön aus hier. Müssen wir mal gucken, wie das hier so weitergeht. Also, hier ist das Mammut. Entkomme dem Hinterhalt. Was? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie kommen wir denn lang? Da oben ist was. Wie kommen wir denn hier raus? Wir gehen einfach jetzt mal hier hoch, um zu gucken, kommen wir hier irgendwie weiter. Na brems, brems, dann geht es nicht weiter. Warte mal. Ach, da hinten ist ein Stein und hier auch, warte mal. Wir schubsen jetzt einfach mal den Stein. Nein, 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 nein. Denkt ihr, ne? Oh. Ist kaputt gegangen. Okay, dann gehen wir weiter. Ich glaube, wir kommen jetzt hier raus wieder. Aber dort hinten. Ja, wir gehen jetzt hier lang. Über das Wasser. Irgendwas passiert hier. Komisch. Wo müssen wir denn lang? Komisch. Wo müssen wir denn lang? Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Ne, doch lieber nicht da lang. Wir gehen hier lang. Wie auch immer, warum hier auch ein kleiner versteckter Gang ist. Am besten immer so lang gehen. Oh, wir sind jetzt hinter den. Komm her mal. Einer weniger. Der ist auch weg. Den hab ich gar nicht gesehen. Da, da, da. Komm her, komm her, komm her, komm her und da. Da ist es. Altes Mammut. Ich bin frei, das alte Mammut. Hammer. 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 Armat hier, oder? Oh, oh. Oh, oh. Komm her, Mann. Hau mich ab. Boah, ist das ein großes. Ist das ein großer Mammut. So, ich mach das mal hier oben. Nein. Nein, nein, nein. Mammut stirbt gleich. Nur wegen diesen zwei Idioten. Alter, ich bin vor allem schwitzen hier. Nein. Hör auf damit, Mann. Das müssen wir denn jetzt nicht machen. Führe das Mammut aus dem Lager. Ach so. Ja, wir können ja hier unendlich kämpfen. So. Kommst du jetzt oder nicht? Ja, kommt er. Führe das Mammut her. Wo bleibt denn das Mammut? Ja, hier lang. Komm. Komm. Hier. Weg mit euch. Guck mal, da ist ein Bär. Den Bär nehmen wir auch mal mit. So, okay. Komm mit. Führe das Mammut aus dem Lager. Oh. Oh, wie schön. Leute, guckt euch das mal an. Da ist ein Mammut. Und dort, da ist die Familie von ihm, glaube ich. Das ist ja geil. Ich genieße es selbst jetzt richtig. Ich hoffe ihr auch. Einfach geil. Ich bin jetzt leise. Schauen wir uns das einfach mal an. Das gefangene alte Mammut abgeschlossen. Es hat übelst viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Also, es war einfach nur... Bombastik. Einfach nur Hammer. Wenn es euch gefallen hat, liebe Zuschauer, lasst auf jeden Fall einen fetten, fetten Daumen nach oben. Und schreibt eure Meinung bitte, bitte in die Kommentare hinein. Wir könnten theoretisch nochmal in eine Fantasiewelt reingehen, aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Aber einfach nur Hammer. So, ich gehe jetzt schlafen. Es ist Zeit, wieder ins Bett zu gehen. Wie gesagt, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dort hinzugehen, weil es ist einfach nur Hammer gewesen. Vom Film her am Schluss. Auf jeden Fall Hammer. Ich bin raus an dieser Stelle. Bleibt gesund. Nicht so wie ich. Derjenige, der immer im Feuer steht. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Euer Number One. Tschüss und bis bald. Tschüss und bis bald. Tschüss und bis bald.